Hallöle und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dock Ever Iron. Hiiii. Ja, wir sind hier wieder ganz fleißig unterwegs. Ich muss mal hier immer, das ist ein bisschen doof, ich muss hier immer ein bisschen hin und her tauschen. Aber okay. So, wir haben neue Quests angenommen. Bis auf die eine Gruppeninstanz-Quest da, genau. Und ja, um die kümmern wir uns jetzt ganz eiskalde. Halde, mal, und so. Da ist er. Dü. Hallo? Dü? Ja, ja, alles gut, alles gut. Dü? Ja, ja, ich bin da. Ja, natürlich bin ich da. Hörst du mich nicht? Bist du wirklich da? Hallo? Dü? Ja, komm, leck mich einfach, Junge. Hast dich gemutet? Dü? Du hörst mich schon, keine Sorge. Ja, leider. Leider. Leider, ja, genau. Gucken wir mal, was die Energiemuschel hier gibt. Die gibt nix. Toll. Warum nicht? Keiner. Nicht mal Energie. Das kann ich ja auch nicht sagen. Wahrscheinlich der Strom, alle. Muss wieder aufgeladen werden. Daran wird's liegen. Bestimmt. Die ist auch ne große Muschel. Können wir da reinklettern? Ich glaube nicht. Warum nicht? Bestimmt ne große Perle drin. Oh, Pullerwatz hat mich gebacht. Das weiß ich auch nicht. Danke dir, Pullerwatz. Mein Pullerwatz ist schon ein Wutter. Jetzt ist Uru-Geen bei mir dreimal Earth Attack auf Level 17. Das ist halt richtig verbuggt, auf jeden Fall. Ja. Ja, lieber Uru, schreib doch einfach mal in die Kommentare, was du jetzt wirklich bist. Hihihihi. Ja. Ja, also eigentlich hätten wir auf jeden Fall noch ne Quest am Stadtgebiet, beziehungsweise direkt am Stadt, hatte ich jetzt gerade so nebenbei noch gesehen, da müssen wir eigentlich noch was machen. Aber man kommt ja relativ schwer, wie ich finde, durch die Gebiete hier durch eigentlich. Also jetzt mal ohne jetzt große Laufwege halt zu haben, das ist ein bisschen doof. Na ja. Können wir mit den Fassern wieder irgendwas machen? Vielleicht auch alles nur Gewöhnungssache. Keine Ahnung, ich mach's gerade auf. Ah, hier hat Flutlikur. Ja, perfekt. Dann taue ich mal noch schnell. Sehr schön. Müsste hier wahrscheinlich noch eins stehen, denke ich mal. Vermutlich. Aber wir brauchen die Krieger und die Wachen davon. Na, okay. Jawoll. Sehen aber cool aus. Muss ich mal sagen. Hier unten ist so ne Wache, so ein Schwertfisch. Ich hab ein Experimentierbeutel des Alchemisten bekommen, mal schauen, was da drin ist. Achso, Bleistück. Aha. Keine Ahnung, was das für ein Event ist. Ich hab' aber viel zu uneingelesen in Aion. Ach. Ja, schlimm mit dir. Schlimm. Was soll's? Gibt's Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall. So, nächstes. Nächster Haifisch. Er sieht ein bisschen aus wie der hier aus, äh, hier, ähm. Bei so einem aus dem Film, ja. Mit dem vegetarischen Hai. Eigentlich schon, oder? Na gut, ich hab' findet Nemo eigentlich nie gesehen, aber ich kann mich auch dran erinnern, dass irgendwie auch so Splash Arts oder Wallpaper nicht so was Ähnliches schon mal gesehen habe, ja. Mh, auwei, nicht, dass die da Copyright mit Pixar und Disney bekommen. Na gut, ich sag' mal so, der Hai, der Hai, äh, ist natürlich nicht gelaufen. Insofern wird das schon passen. Und ich sag' mal so, Haie sehen halt allgemein ein bisschen so aus. Will man denn anders machen? Außer mal Hai sagen oder so. So, nur noch wachen? Ah, nur noch, achso, nur noch wachen, okay. So spät, du hast mich schon angeht. Ja, ja. Ja, ja. Bäm. Das, das ist das falsche Ziel. Sag da einfach, das Ziel ist tot. Da oben ist ne Wache. Ja. Brauchen wir aber noch die Fässer halt irgendwie, ne? Ja, dann wird schon sicher irgendwo noch welches rumstehen, müssen wir mal gucken. Sind ja gut markiert. Das ist ja das Schöne. So. Hopp. Kettenhandschuhe der vergewalt... Was? Der vergessenen Soldaten. Der Vergewaltigung wolltest du vorlesen oder was? Hä? Ich hab den hoch ver-ge-gelesen. Ja, ja, wie bist du denn heute drauf, ey? Junge, Junge, Junge. Kleiner, kleine Pädo-Mask oder was? Na, ich dachte nur, ich hab gesagt, ich mach ja dein Hobby, ist das ja. Und da dachte ich ja, ähm... Was ist mein Hobby? Na, vergewaltigt werden. Naja, genau. Ne, brauchen wir keine Witte drüber machen, ist nix Schönes. Sollte man auch nicht, ähm, ja, schön reden. Gibt weder eine positive noch eine negative. Und es gibt auch keine Art von, ja, die wollte das so, die hat sich so angezogen. So, da oben sind solche, genau. Brauchen wir nicht drüber reden, also jeder, der auch nur diesen Gedanken hiegt. Außerdem bist du doch, bist du doch der Erste, der jetzt hier in den Flüchtlingsheimen unterwegs ist. Was? Du bist der Erste, der jetzt in den Flüchtlingsheimen unterwegs ist. Ähm, ist alles wahr, was die von den Flüchtlingen reden, alles gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Oder eben genau das Gegenteil, äh, ist wahr und, ähm, ja, ist alles böse, alles schlecht. Werden wir sehen. Ich kann auf jeden Fall aus direkter Hand berichten, äh, äh, berichten, dann endlich. Und kann nicht mehr sagen, muss nicht mehr sagen, ja, hier, ich muss mich irgendeiner Meinung anschließen. Insofern ist das ein Vorteil. Äh, Nachteil ist es, wenn, wenn ich da Schlechtes berichten muss. Weil dann hab ich ja schluss, logischerweise ein bisschen Ärger. Aber wir werden sehen. Das kann natürlich passieren, ja. Wir werden sehen. Wann sollen die da einziehen eigentlich? Ähm, noch, ähm, ist, äh, kein Termin genannt, aber, äh, ja, wir werden sehen. Auch das weiß ich nicht. So, die Dinger haben wir hier, die Wache noch, da, dann haben wir sie voll. Hüpp. Ja, okay. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt hätten wir hier noch zurückgelassenes Schwert. Ist hier noch irgendwas. Ja, die Questen gehen auf jeden Fall relativ einfach, muss man so sagen. Genau. Und, ja, hä? Oh, lol, das hört mir gerade erst auf. Wollen wir? Äh, hinterher ist. Sagen wir mal, ich muss mal ganz kurz hier bei mir nochmal was gucken. Ja, mach, mach du. Ich sammle inzwischen das Schwert ein. Wenn ich es finde. So, hier oben irgendwo muss es sein. Da, da ist es ja. Annehmen. Okay, ich warte hier mal. Du, was machst du gerade? Ich schau gerade eigentlich, was. Aber, okay. Ob die Aufnahme überhaupt noch läuft? Nee, 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 die Aufnahme läuft schon noch. Keine Sorge. Das. Ups. Das ist kein Problem. Dann ist gut. Ja, ja, was wollte ich hier machen? Ach ja, genau. Ich wollte hier mal gucken. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Das ist alles nicht das Richtige. So, jetzt lasse ich den Pups. Das Husten hat perfekt dazu gepasst. So, okay. Ja, mach halt schon mal weiter. Ich nehme mich mal auf Folgen mit. Ich will mal ganz kurz noch was schauen. Du willst was schauen? Gut, dann muss ich mal gucken, was mache ich denn jetzt auf Pro Schreck? Du musst ja jetzt wieder zurückgehen halt. Wollte gerade sagen, genau. Deswegen. Das ist ja kein Problem. Ich muss nur, wo ist denn der Weg jetzt hin? Das kriegst auch du hin. Ah, ich habe mich schon öfter verlaufen. Das wäre nicht das erste Mal und würde auch nicht das letzte Mal bleiben. Und ich bin mir, ja, 90% sicher, dass wir in die richtige Richtung laufen. Oder auch nicht. Was ist das da hinten? Da waren wir nicht. Aber ich gehe da mal hin. Wir haben doch Zeit. Ah, hier steht es. Wieso steht das hier? Wer steht hier? Achso, das haben sie verändert. Achso. Was denn? Ah, okay. Alles klar. Aber, nee, mich hat es gerade nur mal interessiert, wie sie das jetzt mit dem Goldpaket gemacht haben, ob mein Goldpaket ausgelaufen ist, weil ich nämlich schon keine Energie der Rast mehr habe. Die ist nämlich schon gut ausgelaufen auf jeden Fall. Ja. Und deswegen hat es mich gerade schon mal interessiert, wo denn das jetzt mit dem Goldpaket steht. Denn ich habe diesen Reiter jetzt nicht mehr gefunden. Der ist auf jeden Fall weg. Wenn du jetzt unter P gehst, dann hast du jetzt einen neuen Reiter-Account-Informationen und da steht jetzt drin, was für einen Status sein Account hat und so weiter und so fort halt. Ja, das hatte ich aber, glaube ich, das letzte Mal schon entdeckt. Echt? Ja. Ich? Okay, gut, dann habe ich dir da nicht zugehört. Das kann auch mal passieren. Ja, und ich habe es, glaube ich, auch nur, es war auch nur eine Randnotiz. Also, ich habe es nicht nur so, ja, nebenbei, oh, hier, neuer Reiter und so weiter und so so direkt habe ich nicht drauf geguckt. Okay, na gut, das hat für dich ja im Grunde genommen auch nicht so ganz so die Bewandte. Nö, ich hatte nur, glaube ich, erwähnt, dass meiner halt nur ein normaler Account ist oder sowas in der Art. Ach so. Ich weiß es nicht mehr genau. So, nehmen wir mal die Laufrollen. Ach, das war die Gruppeninstanz. Brauchen wir nicht. Also, ich habe jetzt hier die Magieverstärkung in 27 genommen. Mannerstein. Damit kannst du ja wahrscheinlich noch am meisten anfangen. Mhm. Denke ich fast. Kling. Hoch die Tassen. Müsstest du jetzt eigentlich auch so langsam wieder Level abhaben, oder? Kann das sein? Ja, fehlt nicht viel. Geht auf jeden Fall doch relativ schnell, muss man auf jeden Fall so sagen. 1-2% dies, dann haben wir es. Das geht wirklich relativ fix, ne? Also, die Questen, die man muss ja wirklich sagen. Also, erstmal, keine Ahnung, wie viel Prozent, beziehungsweise wir brauchen 200.000. Das heißt, wir bekommen alleine durch eine Quest, bekommen wir alleine ca. 5% oder sowas in die Richtung. Die Monsters sind relativ schnell zu weggehauen, eigentlich kann man auch so sagen. Ja. Hier ist eigentlich, hier ist auch dann auch schon wieder nichts mehr, ne? Ja. Dann im Grunde genommen geht's hier zu der grünen Festung jetzt halt, ne? Na gut, dann gibt's hier irgendwie so einen Teleporter halt, ne? Ah, hier ist ein Teleporter, vielleicht können wir den ja benutzen. Lass mal zurückgehen. Vielleicht können wir ja den Teleporter benutzen, dann müssen wir jetzt hier nicht den ganzen Scheiß hier laufen. Ja. Wäre günstig. Ja, also wie gesagt, man bekommt halt pro Lager bekommt man halt irgendwas um die 15%. Dann haben wir eine Energie, der Rast hat vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, das ist doch eigentlich schon relativ unernswert eigentlich. Also, es geht auf jeden Fall relativ schnell und fix und so weiter. Ja. Und übrigens, das sind hier scheinbar die Dinger, also diese Lager hier. Das sind jetzt hier die Legionsballer dran. Die wurden scheinbar von der Legion halt eingenommen. Und, ähm, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das war das, was ich das letzte Mal mit angesprochen hatte, einmal. Äh, ja, das, äh, ja, hab ich vergessen. Siehst du, so hörst du mir zu. Nee, du hast mir ja auch nicht zugehört, insofern. Ach, hier kommen wir nur zum Anfang. Oh, was ist das denn, ey? Also lohnt sich das halt auch überhaupt nicht. Vielleicht müssen die allererst erkundet werden, dass, ähm... Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber... Werden wir sehen. Oh je, meinet. Werden wir sehen, wenn wir beim nächsten sind. Genau. Was natürlich auch sein kann, das macht Arjan eigentlich auch immer relativ gerne, dass man halt, ähm, nur zu bestimmten Sachen dann immer porten kann. Das heißt, man hätte jetzt wahrscheinlich vielleicht zum Anfang porten können und dann hätte man am Anfang alles auswählen können, dass man hätte zu allen porten können. Ja. Das kann auch sein. Wäre auch jetzt hier bei, ähm... Wie soll man sagen, jetzt auch kein, ähm... Ja... Keine Worte... Wortezeit gewesen, weil man jetzt hier jetzt nicht, ähm... Gefangen wäre, sondern einfach direkt teleportiert wäre. Hätten wir vielleicht mal ausprobieren können. Ja. Naja. Beim nächsten Mal. Ich glaube, wir müssen erstmal hier runter wiederkommen. Den normalen Weg. Mhm. Waldrotron. Oh, das ist ein Asmus. Oh, das ist ein Asmus. Das ist nicht so gut. Äh, ich habe gerade ja Lex. Hier sind gar nicht mehr viele Asmus. Oh, ich habe ja Lex. Ich kann... Ja. Merkt schon. Bin ich denn jetzt eigentlich? Ich laufe weg. Ich laufe auch weg. Ich bin tot. Sehr wahrscheinlich tot. Ich bin tot, Leute. Ich bin tot. Lalalala. Ja, ja, ja. Du bist tot. Du bist tot. Ich bin auch gleich tot. Oh, okay. Warten wir uns. Die Schweine. Achso, wir sind in Sanktion. Sind wir rausgegangen. Kommen wir raus, okay. Na gut, wir fangen gleich auf jeden Fall noch ein Aussehen hier. Das Gebiet, wo wir uns gebunden haben, das ist ja irgendwie ein bisschen verschwunden. Genau. Das ist irgendwie weg. Genau. Das ist ja untergegangen. Das ist nicht so cool. Ich habe jetzt meinen Trailer benutzen können übrigens. Ich habe gar nicht nochmal nachgeschaut. Ja, ja. Habe ich gut machen können. Passt schon. Danke dir. Hat wunderbar. Funktioniert. Achso, Puller, jetzt muss ich wieder neu beschwören. Deswegen ist so langsam. Und ich habe vergessen. Na gut. Machen wir, wenn wir wieder da sind. Signia. Was denn? Mich Dingsbumsen. Seelenheilen. Ja. So, Eingangspunktenfall. Guck mal, was wir jetzt hier mit dem Teleporter reißen können hier. Zum Legionsdorf hat man hier Transportverwalter-Teleporter. So, durch Identifizierung werden die Attribute zufällig generiert, denke ich mal. So in der Art. Wo ist er denn jetzt hier? Da. Flugtransporter oder Teleporter? Ähm, älter Transporter. Ja. Rein theoretisch nach oben halt, ne? Gut. Machen wir mal die Legion des Neubeginns. Jetzt können wir ja auch hier einfach mal schön fliegen. Wir hätten uns auch hier binden können gleich mal. Also, nebenbei. Ja, hätte man machen können, aber gut. Das ist jetzt auch egal. Weil wir gleich wahrscheinlich, wenn wir denen wieder begegnen, stehen wir gleich wieder in Sanktum. Das könnte sein, ja. Schauen wir mal. Aber hey, ein bisschen Action schadet auch nicht. Wann sollte das eigentlich mit der Serverzusammenlegung gemacht werden? Das sollte eigentlich jetzt noch in der nächsten Zeit eigentlich passieren. Eigentlich war von Oktober sogar noch die Rede gewesen. Mhm. Na, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr los da hier. Ja, was heißt auf dem Server? Auf dem neuen Server dann. Weil wir werden dann ja, äh, mitgeswitcht. Schauen wir mal. Boah. Warum leckt das jetzt hier so? Nicht blöd? Weil das Spiel darauf reagiert manchmal auf diese Asmos. Ja, ich merke das schon. Wenn du Asmos siehst. Allgemein, wenn du viele Spieler im Gebiet hast, reagiert das Spiel darauf. Das ist schon immer klar gewesen. Aber, ähm, wer fightet da unten? Das sind Asmos. Und dann fighten wir gleich mal mit, oder was? Ja, ja, fighten wir gleich mal mit hier. Hauen die jetzt ab? Ne, ne, die sind gerade noch bei mir dran. Ich krieg die halt aber auch nicht zu fassen. So, wähl aber mal ein Ziel oder sowas. Uah, der hat mich geplakilt. Okay. Oh, krass. Kannst du mich schnell aufstellen, weil ich habe jetzt keine Lust nach Dings zurückzugehen. Oh mein Gott, ist das krass. Ich bin auch tot, lol. Okay. Ich sag doch, wir stehen wieder in Sanktum. Dann gehen wir halt nach Sanktum und werden dort mal... Warte mal, vielleicht hebt uns ja gleich mal jemand auf. Gucken wir mal, vielleicht... Achso, ich bin schon weg. Na gut. Ja, wir werden aber auf jeden Fall erstmal hier die Folge beenden, würde ich mal meinen. Und dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Tschüss.